Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 4403 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Darüber sollten wir noch sprechen. Ich schlage eine grafische Änderung vor. Darüber sollten wir noch sprechen. Ich schlage eine grafische Änderung vor. Darüber sollten wir noch sprechen. Ich schlage eine grafische Änderung vor. Ich leite ein Seminar über soziale Netzwerke. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Vorkenntnisse. Ich leite ein Seminar über soziale Netzwerke. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Vorkenntnisse. Ich leite ein Seminar über soziale Netzwerke. Die Teilnehmer haben unterschiedliche Vorkenntnisse. Wie lange spielst du schon Schach? Bist du ein guter Spieler? Wie lange spielst du schon Schach? Bist du ein guter Spieler? Wie lange spielst du schon Schach? Bist du ein guter Spieler? Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Endlich haben wir wieder Zeit füreinander und können unsere Freizeit gemeinsam genießen. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Die Baustelle ist geräumt. Alles ist sauber. Wir haben Feierabend. Das Fahrrad ist zu klein für unseren Sohn. Du musst ein größeres Rad kaufen. Das Fahrrad ist zu klein für unseren Sohn. Du musst ein größeres Rad kaufen. Der Hund hat einen steifen Nacken. Ich muss ihn massieren. Ich trinke den Cappuccino gerne etwas süßer. Deshalb nehme ich noch etwas Zucker dazu. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.